das war mit lober ja einheit schießt falsch geschrieben ja wir haben schon fast drei alter sie zur flo wieder rückwärts ja wie denn ich habe kein boost alter da war auch keiner frei also kann ich nichts machen bei der höhe das weiß ich ist nicht bei mir spiel ich mit ps3 was auch bei der nicht nur die controller vertauscht hat also nicht wenn man die buttons vertauscht hat bei mir ist das y warum vertauscht du denn die funktioniert hätte und seitdem ich so vertauscht hatte funktionieren ich hätte den controller eiskalt zurückgebracht ja man den habe ich doch schon monate mach mir jetzt einfach auf go go oder was ja einfach mal wie wir es einfach so machen so einfach mal drauf entscheidend hilft der taktik hier nichts einfach drauf halten und wer das Tor macht der macht vor ich hätte gehabt ich hab ihn noch herrter alter ja ich bin extra aber das ganze wegschocken muss nicht sein ich hier aber nur von einer Seite 3 gegen 3 ist viel du hast keine möglichen richtigen torchancen weißt du wenn du den Ball richtig vorlegst ist immer einer da ja aber dasselbe könnten wir auch machen so operat ja guck dir das an da bist du zu spät gesprungen wie du gesprungen naja in der Mitte muss man aber schon was sagen dass du scheiße gebaut hast na geb ich ja zu hast du gesehen wie er gesprungen ist nice er macht ihn alleine er macht ihn einfach einfach ego er braucht keine teammates nein er macht alleine komm wir bleiben stehen ja der ist Tsubasa Osora macht der hier einfach mal einen auf Tsubasa ey ok dann bin ich Gregor von den Kickers hier von den Kickers oder von den Kickers nein von den Kickers und jetzt macht der ein Eigentor der macht ihn alleine ich hab ihn nicht gesehen naja egal äh ja müssen wir aber aufpassen auf den Teufelsbreiter ja da das war so das war richtig self made denkt ihr hier jetzt auf Kollegah Achtung der Ball kommt zurück der der kann noch reingehauen werden voll empfohlen ach fuck sorry Chris hätt der eine mich jetzt nicht gekickt hättest du den voll reingehauen ich bin das Eigentor lol weck mich was ist denn das jetzt gewesen ich kick den gegen die Wand und der fliegt aber in so'n bogenartigem fliegt der aber rein der hat vorher die Wand berührt bei mir bei mir aber auch so und dann fliegt der in so'n komischen Boden fliegt der da rein lol nice aah beinah ey da krieg ich doch eh ernsthaft die Wehen dran ne alter bei drei sind immer zu viele da alter bei drei sind immer zu viele da ja ich hasse auch drei gegen drei das ist immer ein kuddelmodel guck dir da an da kannst du doch ja wann willst du denn machen ne ne pass auf mir jetzt scheißegal einer von euch bleibt einfach hinten der eine links der andere rechts fertig aus und dann will ich da keinen mehr sehen der irgendwo rumrampelt ja ich bin recht bei der der andere der andere gehst jetzt der andere nicht ich glaube das war der andere auch dass wir sagen Und hinten gestoßen! Stößt hier! Und ausgerechnet Flo macht das Tor! Und so wie wir jetzt stehen wieder, ich rechts, ich links, du mittel! Wollen aber hinten bleiben! Wenn du hinten bist, dann hinten! Nein! Na, wie soll man denn sonst auch hinten vorne bleiben? Ja, aber den hätt ich gehabt! Wir müssen alle versuchen! Guck mal, der jetzt zieht! Ja, weißt du! So ein Nofuck-Skippel! Ich mach den jetzt rein! Ich hab beinahe auch noch einen Fallrückzieher gemacht mit dem Ding! Äh, Chris, wer ist hinten? Flo ist hinten! Du und ich! Stand links! Chris war vor dir! Der hinterste warst du, also musst du jetzt hinten bleiben! Meine Presse! Oh, no, 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 no! Geh... Nein! Chris, Chris, wo bist du? Genau da sollst du sein! Ja! Genau da! Hast du es gesehen? Chris, hast du es gesehen? Chris, Chris, hast du es gesehen, ja? Danke! Kein Ding Digga! Flo, bleibst du hinten? Oh Mann, warum denn?! Weil du der Weihnachtsmann bist! Digga, bin ich fett oder was? Hast du mich gerade als fettbeleidigt? Nein! Als Geschenk der Kinder! Ah, verloren! Ah, ich fahr mal eben kurz zur Pause! Ich fahr mal eben kurz zur Pause, ich bin mal kurz AFK!